Possibly harmless, but be careful out there. Yep Manic Also wie war das? Er könnte harmlos sein, aber trotzdem aufpassen. Ich lerne durch dich noch irgendwann. Englisch, Foxy... Irgendwann. Ich geh hör. Mein, oben... Gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen, wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen, wo bist du? Äh, angeblich im Foyer. Das ist nochmal was? Oh, ich hätte hier aber gerade, glaube ich, ein Strap. Ich werde also wahrscheinlich Sandity Pillen brauchen. Aber hier ist, glaube ich, gerade ein Strap gewesen. Wo bist du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Da war gerade eine Tür. Da war gerade ein Strap. Da ist was geflogen. Also ich hatte hier schon eine Tür und der hat irgendwas geschmissen. Gefriere Atem. Ich bin nochmal hier hinten die Tür durchgegangen, nirgendwo Fingerabdrücke bisher. Wo genau ist denn der Gefriere Atem? Hier? Oh ja, hier. Da ist wieder was geflogen. Aber welche Tür war das denn? Ah, hier, Keller. Kellertür. Ja, aber da ist nichts. Doch, da Fingerabdruck. Auf der Innenseite. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Gehst du nochmal kurz raus, dass ich nochmal die Box testen kann? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Nichts. Absolut rein gar nichts. Also wieder einer. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Untertitelung des ZDF, 2020 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 30 erst auf wie viele menschen hast du getötet und träuft sich nee er hat null menschen getötet deswegen haben wir dir keine antwort proxy hat null menschen getötet ja und ich hatte seinen schritt im gesicht wir brauchen noch ein foto vom geist würdest du dich zeigen ich bin doch bei einer bench ich bin doch bei einer bench gar nichts mit dem ich weiß wo du nichts gehört hast mit den sounds stand ich ja hier drin ja wirklich zehn zentimeter vor mir war sein schritt wie gesagt ich habe es nur gehört mit einem kurzen herzschlag alter die tür hat mich gerade weggeschoben als du sie aufgemacht hast entschuldigung ich wollte schnell ein foto machen foto erfolgreich und ja ist bei der metzger